So, das ist jetzt ein Mikrofontest, damit ihr mal das hört, das neue Retevis HK-008, was heute bei mir ankam. So, also noch die Information. Oh, warte mal, das ist ein bisschen laut, würde ich sagen. Ein Moment. Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? So, gucken wir mal jetzt. So, ein Neustart. Also jetzt hier Sprechabstand vom Mund zum Mikrofon, circa 10 Zentimeter. Wie gesagt, dran habe ich hier momentan eine Editon ATD868UV. Und wie gesagt, hier handelt es sich um ein Lautsprechermikrofon der Marke Retevis HK-008. Sprechabstand, ich bitte noch einmal, im Moment 10 Zentimeter. So, jetzt haben wir Sprechabstand, circa eine Armlänge, das dürfte einen guten Meter sein. Jetzt sind wir circa, ja, 40 Zentimeter entfernt von dem Mikrofon. Das dürften so circa 20 Zentimeter sein. Sprechabstand circa 10 Zentimeter. Direkt reinsprechend momentan Mundwinkel gehalten. Als Vergleich werdet ihr jetzt nochmal das Retevis RS-112 hören. So, jetzt nochmal als Vergleich. Das ist von Retevis das sogenannte RS-112, was ja von der Form dem Motorola-Handmikrofon sehr ähnelt. Sprechabstand circa 10 Zentimeter. Jetzt spreche ich circa, ja, wieder ein Meter, eine Armlänge entfernt. Jetzt gehe ich mal ganz langsam näher. Jetzt sind wir ungefähr so 40 Zentimeter entfernt, circa 30 Zentimeter, 20 Zentimeter. Jetzt spreche ich direkt in 10 Zentimeter Entfernung rein. Jetzt halte ich es gerade direkt an den Mundwinkel. Nur mal so als Vergleich. So, und jetzt hier nochmal als Vergleich für euch nochmal das Retevis HK-008. Sprechabstand, wie gesagt, schon 10 Zentimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wo ist meine Modulation geblieben? Das war's.